Frank Arnold liest Peter Schlemiels wundersame Geschichte von Adelbert von Chiamisso Peter Schlemiels wundersame Geschichte Nach einer glücklichen, jedoch für mich sehr beschwerlichen Seefahrt erreichten wir endlich den Hafen. Sobald ich mit dem Bote ans Land kam, belud ich mich selbst mit meiner kleinen Habseligkeit und durch das wimmelnde Volk mich drängend, ging ich in das nächste, geringste Haus hinein, vor welchem ich ein Schild hängen sah. Ich begehrte ein Zimmer, der Hausknecht maß mich mit einem Blick und führte mich unters Dach. Ich ließ mir frisches Wasser geben und genau beschreiben, wo ich den Herrn Thomas John aufzusuchen habe. Vor dem Nordertor das erste Landhaus zur rechten Hand, ein großes, neues Haus von rot und weißem Marmor mit vielen Säulen. Gut. Es war noch früh an der Zeit, ich schnürte sogleich mein Bündel auf, nahm meinen neu gewandten schwarzen Rock heraus, zog mich reinlich an in meine besten Kleider, steckte das Empfehlungsschreiben zu mir und setzte mich alsbald auf den Weg zu dem Manne, der mir bei meinen bescheidenen Hoffnungen förderlich sein sollte. Nachdem ich die lange Norderstraße hinaufgestiegen und das Tor erreicht, sah ich bald die Säulen durch das Grüne schimmern. Also hier, dachte ich. Ich wischte den Staub von meinen Füßen mit meinem Schnupftuch ab, setzte mein Halstuch in Ordnung und zog in Gottes Namen die Klinge. Die Tür sprang auf. Auf dem Flur hatte ich ein Verhör zu bestehen, der Portier ließ mich aber anmelden und ich hatte die Ehre, in den Park gerufen zu werden, wo Herr John mit einer kleinen Gesellschaft sich erging. Ich erkannte gleich den Mann am Glanze seiner wohlbeleibten Selbstzufriedenheit. Er empfing mich sehr gut, wie ein reicher, einen armen Teufel, wandte sich sogar gegen mich, ohne sich jedoch von der übrigen Gesellschaft abzuwenden, und nahm mir den dargehaltenen Brief aus der Hand. So, so, von meinem Bruder. Ich habe lange nichts von ihm gehört. Er ist doch gesund. Und dort, fuhr er gegen die Gesellschaft fort, ohne die Antwort zu erwarten, und wies mit dem Brief auf einen Hügel, dort lass ich das neue Gebäude aufführen. Er brach das Siegel auf und das Gespräch nicht ab, das sich auf den Reichtum lenkte. Wer nicht Herr ist, wenigstens einer Million, warf er hinein, der ist, man verzeihe mir das Wort, ein Schuft. Oh, wie wahr, rief ich aus, mit vollem, überströmendem Gefühl, Das musste ihm gefallen. Er lächelte mich an und sagte, »Bleiben Sie hier, lieber Freund, nachher habe ich vielleicht Zeit, Ihnen zu sagen, was ich hierzu denke.« Er deutete auf den Brief, den er so dann einsteckte, und wandte sich wieder zu der Gesellschaft. Er bot einer jungen Dame den Arm. Andere Herren bemühten sich um andere Schönen. Es fand sich, was sich passte, und man wallte dem Rosen-um-blüten-Hügel zu. Ich schlich hinterher, ohne jemandem beschwerlich zu fallen, denn keine Seele bekümmerte sich weiter um mich. Die Gesellschaft war sehr aufgeräumt. Es ward getändelt und gescherzt. Man sprach zuweilen von leichtsinnigen Dingen, wichtig, von wichtigen öfters leichtsinnig, und gemächlich erging besonders der Witz über abwesende Freunde und deren Verhältnisse. Ich war da zu fremd, um von alledem vieles zu verstehen, zu bekümmert und in mich gekehrt, um den Sinn auf solche Rätsel zu haben. Wir hatten den Rosenhain erreicht. Die schöne Fanny, wie es schien die Herren des Tages, wollte aus Eigensinn einen blühenden Zweig selbst brechen. Sie verletzte sich an einem Dorn und wie von den dunklen Rosen floss Purpur auf ihre zarte Hand. Dieses Ereignis brachte die ganze Gesellschaft in Bewegung. Es wurde englisch Pflaster gesucht. Ein stiller, dünner, hagerer, länglichter, ältlicher Mann, der neben mitging und den ich noch nicht bemerkt hatte, steckte sogleich die Hand in die knapp anliegende Schoßtasche seines altfränkischen, grauthaftenden Rockes, brachte eine kleine Brieftasche daraus hervor, öffnete sie und reichte der Dame mit devoter Verbeugung das Verlangte. Sie empfing es ohne Aufmerksamkeit für den Geber und ohne Dank. Die Wunde ward verbunden und man ging weiter den Hügel hinan, von dessen Rücken man die weite Aussicht über das grüne Labyrinth des Parkes nach dem unermesslichen Ozean genießen wollte. Der Anblick war wirklich groß und herrlich. Ein lichter Punkt erschien am Horizont zwischen der Dunkel und der Erde.